hallo liebe leute und herzlich willkommen zu dem let's play together von wamp und mir w4 mp3 nicht verwechseln ja und ich schippe 18 wir sind jetzt bei part 2 schaffen wir schaffen jetzt wieder zwei welten durchzumachen nein ich will aber in 30 minuten das muss gehen fangen wir an ja fang an oh nein okay wir schaffen eine welt in 30 minuten er kattet wieder das level wie war das level breaken bei unserem 500 oder 600 abo special was ist doch nicht böse aber wie es kam und level break schippo weißt du eigentlich dass man eine ganze level breken konnte es war mir sowas von egal ich steh genau drauf ja halt die fresse halt die fresse ich kann ich kann mich nicht bewegen moment jetzt so hier waren 20 münzen das leben da sind wo waren wir hier zwei links von seite links zwei da genau oben und das hier stern und links oder so ja blume machen wir dazwischen ich räume ab ich räume ab 9 10 das waren 20 das waren 20 ich nein ich hab die 50 50 nein ab staub mal gleich mal den da benutzen ich bin das war das mit verschiedene in den kleinen geliebe meli was ich habe feuer oder feuer war jetzt im juli 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 Fische mögen dich. Fische mögen dich. Mami! Ja, du weißt ja jetzt wie du es lösen kannst. Die letzte Karte dann. Ich weiß alles. Ich mach dir die letzte Karte dann. Ach, da war er. Den wollte ich doch nur haben. Epic Fail. Ich hab die Karte nicht hoch. Du Fisch. Na heun. Knapp den Treffer entkommen. Stern. Fail. Blume. Bam. Ich hab 77 Minuten. Du musst einen ausgeben. Nein. Der hat es nicht mehr geschafft. Warum ist der Background jetzt anders? Erste, 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 erste Kiste. Da ist immer Frosch drin. Ribbit, ribbit, ribbit. Schlechteste Item im ganzen Spiel. Ne, finde ich nicht. Das ist noch schlechter. Ah ja. Feder. Äh, Blatt. Achtung gleich kommt enorm. Drei, zwei, eins. Warte, zwei, eins. Warte, zwei, eins. Warte, zwei, eins. Ich mag das Spiel nicht, ja. Ich hab noch Feuer. Ne. Feier wäre besser. L submarine in Shiny. Uau. Uau. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte. Schwimmen, schwimmen, springen, 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 bettet der bett der bett der bett der bett der bett der bett muss noch einmal sterben Pils 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 wir sind kein Wunschkonzept die Strasse dann mehr auf dem brauchen wir nicht das Leben 1 2 3 3 der die nach der genau die 9 die war das nicht im Bezug ist die Aufbauung und proberater Bartholder Bade und da bitte Beide von Beide Bartholder Bade Bade eine was nicht die ganz letzte oder so die achte Tür oder so keine Ahnung alles leichter ist 2 3 mehr schienten Niedi ist die hier war es dann ließ es du musst es sein es muss es nicht besiegen ich springe noch gleich so wieder sein dass ich tot bin die Hände ich sage auch noch und das passiert auch fast da haben wir alle die Supermacht von Weegeher Prozent Blanc Prozent Prozent die sich über die Klonen in der Verlösen haben auch mit diesen einfach zu besiegen das will ich gar nicht er er ist Wir haben zwei Hammer! Das heißt, du kannst Langeweile haben. Ich habe alles rein gemacht. Das war der Skill, Mann! Ohne Skill. Das ist auch egal. Ja, die Röhre, ne, auch mal so. Ja. Ja, SMB, was erwartest du? Das ist... FAY. Das ist FAY, ja. Ja, ich wollte eigentlich dort unten schwimmen, weil er im Übrigen... Wie? Wie? Das... Loll. FEDER! DO NOT WANT! Oh... Loll. WIRSTERN! Jo. WIRSTERN! 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 Der beginnt schnell, das Level, oder? WIRSTERN! WIRSTERN! Das, wenn du willst, kannst du Hammerbruder machen oder... ...ähm, sterben! WIRSTERN! Ich sterbe auch mit! Oder beides! WIRSTERN! 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 Die richtige! Vor allem, er hat noch nicht mal fertig gelabert, ne? Ja, ja. Oh Gott, ich hätte was... Drück einfach, drück einfach! Okay, das klappt nicht! Guck mal, drei... äh, vier Augen! Jaaaa... Viel zu viele Dinge in Mario am Augen, guck mal zum Beispiel, dieser... dieser Buschdaunen. Das ist ein Kaktus. Das ist das Gleiche. Das Geile ist, du kannst dem Ding zwei Augen... also vier Augen... und zwei Münder spendieren. Und jetzt hast du immer zwei Münder, äh, und vier Augen. Mich fehlen an diesen Roulette-Spielen immer. Nur eins, zwei oder drei? Drei. Fuck. forget it. day 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 dayet... Perfekt... day 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 day... dinge 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 dinge-dinge. Jetzt darfst du sterben gehen. Alter... Nein! Scheiße, Alter. Ah, f**k. 3-1-Up, ich glaube. 2-1-Up. Fail. Win. 2-1-Up. Oh, du hast gerade Massenlecks bei mir. Ist normal. Stern! Ach. 2 Münzen fehlen. Ich versuch mal abkürzen. Ja, ich würd grad sagen, ich versuch mal Level 8. Ja, was hab ich für Items? Weiter können wir später noch Arme in Welt 8. Och, ne. Okay, ich bin dann schon mal... Wow! Wow! Du hast ne Blume drin. Nimm die mit lieber. Geht besser als... Kannst du den... Fischfireball machen. Dann gibts Sushi! Komm her, Sushi! Bom, bom, bom. Hä? Warum? Ich bin... Ich bin noch nicht drum. Kurzbrech! Ich könnte gerade kotzen. Denn das Spiel regt mich auf. Ich bin zu dumm, was zu machen. Ja. 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 Ja, Mann. Ja, du hast eine Blume. Dein Wunschkonzert. Hol's dir. Die beiden waren's. Oh, ich bin so imbar. Und die Karte ist verbraucht. Übelse Lex. No, was? Nein! Viel Spaß mit dem Unterwasser der Karte. Viel Spaß mit dem Unterwasser. ... ... ... ... ... denn denn der Bremse der Bremse der Bremse der Bremse der Bremse der Bremse wenn wir ein Schönenweinig vor der Woche Schade Ich habe keinen Bock mehr Oh, ich habe den Elvis ich gemacht Eine schicke Schleife hat er Ich habe bloß Angst gehabt Ist mir doch egal Von mir aus mach du doch alles alleine Ich probiere natürlich jetzt Debris Ach quatsch Funktioniert sogar Oh Gott Denn den hatte ich eingesammelt Froggy Jetzt werde ich dir noch das Brett holen Jetzt bin ich bei dir Viel Spaß mit dem neuen Level Muss das sein? Muss das sein? Ja Das mein Das Leben bestraft mich gerade Warum bestraft du mich? Ich habe doch nichts Schlimmes getan muss das sein? Na Die 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 du der die du Schieß ihn ab, den kleinen Fisch. Er hat dir nichts getan, trotzdem ist er tot. Jetzt darf ich einmal rumrushen. Das ist genau wie... Das ist genau so schlimm. Vor dem letzten Level. Oh nein, es ist ein Invincible Wall. Oh mein Gott, das ist ein Blark. Oh mein Gott. Oh mein Gott. kaputt machen kann ja auch noch nicht bevor ich die scheiß videos angucke vom schweiß fliegen ohne das doch nein nicht mit wasserringwerferin schwimmreifen aber auch egal rettungsreifen besser ich bin fürs boskeln zuständig habe ich so das gefühl ich mache nur die borgen du hast nur du ich bin frustriert ich habe keinen bock mehr 22 schlecht ja das reicht auch für diese welt für diese aufnahme ja du bist wieder zurück zu dann halt nicht wir gucken noch was wir bekommen klick klick vor sie wird immer ein neues ok dann bis zum nächsten part tschüss und auf Wiedersehen im blog